ein Schech in Marokka hat mir überliefert von seiner Mutter, dieser Schech ist alt und seine Mutter noch älter, er sagte über sie, dass sie einmal das Haus verlassen musste, weil ihr Mann nicht da gewesen ist und es gab ein Notfall und sie musste unbedingt das Haus verlassen. Sie hat das Haus verlassen und in der Straße, also im Viertel, hat sie sich verlaufen. Warum hat sie sich verlaufen? Weil sie kaum die Wohnung verlassen hat. Subhanallah. Heute andersrum. Die Frau verläuft sich vielleicht in der Wohnung, weil sie die Wohnung nicht kennt. Die ganze Zeit nur draußen. Ich gehe mal shoppen, ich gehe mal so, ich gehe mal arbeiten, ich gehe mal das, ich gehe mal das und dann ist sie im Zug, im Bus, in der Straßenbahn, ja, eng, einander, mit den Männern zusammen und so weiter. Das gehört nicht zur Kultur der Muslime. Die Frau, die Frau, die meine Damen und Herren, ich gehe mal aus.